Wenn ich die Musik höre, möchte ich mir nicht meine Sonnenbrille aufsetzen und in die Sonne fahren. Aber ich habe keine Sonnenbrille. Nein! Sad story of my life. You suck for everything. Äh, komm. Hier hätte man so schön Leben kriegen können. Das ist mir, da kommt jetzt ein Pilz raus. Oh, da nicht. Déjà vu. Ist ja genau so. Oh, 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 oh. Bin ich hier übrigens runterrollstern. Nö, mh, mh. Ist ganz so schön. Waaah. Hm, super. Super. Toll, da wäre jetzt bestimmt ein Pilz drin gewesen. Peace, bitch. Nützt mir gar nichts, danke. Aber nützt mir grad gar nichts. Waaah, lauf, lauf. Wie konnte ich mich eigentlich noch kriegen? Das finde ich recht unfair. Ja, und, äh, ich möchte beim nächsten Kongress darüber reden. Okay. Stern. Diesmal verarscht mich nicht. Verarscht. So, komm. Jetzt bin ich nach meinen Regeln. Ja, nach meinen Regeln. Wir bleiben direkt in der ersten Röhre hängen. Äh, das waren jetzt nicht meine Regeln, aber gut. Draufgefiffen, wie beim Dünnpfiff und so. Boah. So, und jetzt gib mir den Pilz. Weißt du was? Spiel? Fick dich doch selber. Der Mittelfinger. Der Mittelfinger in deinem Gesicht. Ist in deinem Gesicht. Ich weiß, dass du dich wieder verpissen wolltest. Ich hab's dir angesehen. Wow. Ich mach übrigens diese Aufnahme direkt nach der anderen. Falls ihr sagt, du hast mich schon wieder vor lange nicht gespielt. Du Opfer. Draufgefiffen. Der macht mir eh nix. Er macht mich schließlich nicht unbesiegbar. Der Tod kennt keine Grenzen. Es gibt nur mehr Dinge, die keine Grenzen kennen. Funktionen, die gegen unendlich laufen. Mathematiker. Nerd-Joke. Ähm. Das war nicht mein richtiger Witz. Was ist mit mir geschehen? Ja, geschafft. Traurig. Ich an diese Punktzahl gekommen bin, weiß ich immer noch nicht. Ich mache dieses Leverpungs nur, um, äh, an das Haus da ranzukommen. Hey. Komm schon, jetzt sag mir, dass es das war. Das war's, komm. Das war's. Äh, könnte hier so ein K.O. Ruhm werden. Äh, super. Ja, ich weiß nicht, was da drin war, aber... Ähm. Äh, hätte ich eine Feder, könnte ich dir hoch. Boah. Oh, oh, oh. Mh. Danke, du Arsch. Liegt's jetzt bestimmt gleich ein Pilz, oder? Nein, nicht mal. Äh, nis, ey. Aber was ist jetzt hier? Komm, verarschst du mich? Nein, war sogar richtig. Mh. Nein, Trolling-Level. Wie sehr ich dich liebe, Trolling-Level. Nein, nein. Oh, ja. Was zu erwarten war. Boah. Also, das zweite war's. Müssen wir uns merken. Zwei. Gut. Zwei. Die anderen sind alle Müll. Und dann... Hier kommen wir nicht rein. Hm. Gut, ja. Ja, komm. Komm, noch der Nächste. Weißt du, das interessiert mich gar nicht. Aber warte, vielleicht ist hier irgendwas Gutes drin. Nein, das interessiert mich trotzdem gar nicht. So. Bomben. Das ist so ein Rätsel-Level. Boah, wie ich kotzen könnte. Oh, oh. Oh, fuck. Ja. Wir sind hier nicht bei Super Mario World. Bei Super Mario World ist das jetzt gekonnt. Beim Low Jump. Beim High Jump Kick. Oh, ha, ha. Ha, ha, ha. Nein, 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 nein. Da geh ich nicht durch. Tümmelheit, da geh ich nicht durch. Ich hab auch noch meine gewissen Prinzipien. Ja, aber nicht. Nicht wahr? Oh, doch. Ich komm da rein. Ich komm da hinten rein. Ich komm da hinten rein. Yes. Das war Glück. Das war Glück. Äh, das war Wissen. Komm, wo ist das Ende? Das sieht aus wie das Ende. Ah, merci. Ich hänge gerade wie so eine Leiche. Und ich bin nicht einmal gestorben, oder? Oder bin ich einmal gestorben, ich weiß es nicht. Pika Box, is gone then, der will help. Danke. Und jetzt kam die Frage auf, Todd hilft uns doch, warum schenkt er sich alle drei Sachen? That's the guy's the rules, that would be cheating. Ja. Muss ja mit kein Super Mario sein, sondern mit einem normaler Mario, dann, ähm, ih, ne Missgeburt. Ähm, dann sind wir sogar kleiner als Todd. Wait a second. Da ist ein Haus, wo ich hinkomme, ohne irgendwas zu machen. Und es gibt hier 80.000 Röhren, die wir einfach mal ins Nirvana führen. Welche von diesen Röhren führt mich da oben hin? Die. Pika Box, is gone then, der will help. Danke. Gib mir einfach mal einen Scheiß. Und ich lasse dich in Ruhe. Äh, jetzt muss ich wieder hochjoggen. Und ich habe nur noch eine Woche Schule. Wenn ihr das hier seht. Um Sonntag. Den 17. Heute ist der 16. Das scheint im Wasserlevel zu sein. Gut, dass wir noch einen Frosch haben. Rap, 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 rap. Oben reingehen jetzt zum Mainstream. Hi, hi, hi. Ach, scheiße, ganz groin, was ist der Level. Man. Oh, fuck. Quit. Ja, ähm. Es war wunderschön. Bis zu diesem Zeitpunkt. Bis jetzt auch noch dieser Frosch kam. Äh, dieser Frosch, dieser Fisch. Hier passiert gerade so viel. Ich krieg... Ist nicht alles auf dem Sender. Ach du Scheiße. Wo muss ich... Ah, mh, Hindernisparcours. Mh, super. Super toll. Danke. Machen Hindernisparcours. Go to the US Army, they said. It would be fun, they said. Da wäre ich doch lockerflockig durchgekommen. Aber nein. Die haben bestimmt eine Hitbox von 1,5. Gut, dass wir 20.000 Frösche haben. Genau gesagt, noch einen einzigen. Und soll ich einen Stern mitnehmen? Nein, nein, nein. Ein Stern. It would be a lame use of my power. Rap, rap. Das andere hat mir pechgebracht. Tut mir leid. So. So, haben wir das schon mal? Wie wird das aussehen, ey? Wie der Vollidur persönlich. Aber solange es was nützt... Ne, solange es was nützt, laufe ich auch gar nicht hier als Frosch rum. Das Scrawling macht uns, dass ich einfach mal in der Mitte bleibe. Die weiche ich aus. Ey! Der wollte mir extremst gefährlich werden. Und das Scrawling spielt natürlich auch gegen mich, ne? Indem ich einfach... Indem so ein Schwimmfeeling-Familien bin, die jetzt einfach einfach nach oben und unten geht die ganze Zeit. Ähm... Und mich so einfach mal in meine Hände reinlaufen lässt. Das finde ich sehr sozial. So, und da kommen ja die komischen Fische, die aus denen erscheinend die Stachy-Panzer gemacht werden, so wie sie aussehen. Das wäre grauenhaft. Nintendo, das wäre grauenhaft. Das tut die nicht. Guckt ihr, wie schnell ich bin! Mie, mie... Oh, verloren. Ich sollte nicht so ein Kack bauen, das Leben muss auch bald vorbei sein. Komm schon, das kann ich mir jetzt doch nicht länger antun. Da ist das Leben auch vorbei. Ha! Okay. It's over 9000 gewonnen. So, jetzt muss ich noch 40 Mal sterben und dann muss ich das Leben direkt nochmal machen. Nein, nicht in diesem Play-Thru. Play... Ich will ein Save-State machen, weil ich was wissen will. Ich meine, das Level konnte man nicht schaffen. Noch nicht. Oh, Arsch. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss da mit Schmackes hoch. Hier muss ich auch mit Schmackes hoch. Und dann... Ich höre ein Muncher-Run. Ein Muncher-Run! Hahaha! Leck mir mal! Oh, fuck! Was mache ich hier? Hoch da! Hoch da! Okay, das ist eigentlich bloß... Das ist eigentlich bloß... Lahmarschig. Ah, danke. Du wirst dafür bestraft. Okay. Ähm, wir machen es nicht. Noch nicht. Wir machen erst das Schloss und dann denken wir so... Schloss voll, mega scheiße kompliziert und hier ist irgendwo ein P-Switch. Da... Sorry, aber bei diesem Schloss bin ich früher halt nie weitergekommen. So. Komm mal hier rein. Wie es ist... Wie zieh ich! Oh, scheiße. Jetzt kommen wir hier raus. Äh... Blindschlamps. Blindschlamps sind wunderbar. Das war auch toll. Mhm. Genau, dieses Schloss ist so richtig seltsam. Kennt ihr den Heck Mario von Super Mario World? So nett, weiß dieses Schloss. Einfach hier nichts. Ist kein Gegnernächste. Was ist hier passiert? Ich meine, das ist kein... Kein einziger Verschüsser. Geht nur durch den Boden, ne? So, jetzt können wir sowas wie Super Mario World Jello Switch Palace spielen. Ja, und hier unten ist auch ne Tür. Die uns aber auch nicht reinführen wollen. Hä? Müssen wir mal nochmal hin. War hier noch irgendwas, oder wie? Jetzt bin ich verwirrt. Sorry. So. Dann gehen wir einfach mal hier runter und gucken, ob hier vielleicht... Ah, ja. Zeitmangel. Ah, ich bin so blöd. Natürlich jetzt auch die Zeit, ne? Ich fange an mich zu hetzen. Wunderbar, Alex. Denk mal nach. Da waren am Anfang zwei Röhren. Nimm vielleicht mal die erste. Danke, du Spaten. Stell dich hier, damit du alle Münzen aufsammelst. Hui. So, was gibt's? Ha, den Tanuki. Okay. Und jetzt hast du noch 58 Sekunden. Was zur Hölle? Nein. ja jetzt weiß ich wieder was ich machen muss das muss ich um mich fliegen lauf mario lauf und jetzt fliegt 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 was sein scheiße muss es 35 sekunden 35 sekunden das schaffst du das ist nicht schwer komm komm wie er mich jetzt aufhalten will ja du willst mich aufhalten habe ich gesehen kauf dem boden der tatsachen offen ich will dich töten ich will dich töten kommt runter aufgeschissen kommt ja man ja zwölf sekunden natürlich noch zehn knappe kiste knappe kiste knappe kiste blume ich will die blume pils ja im nächsten part sehen wir uns leute bis dahin